Fantastisch. So geht's nicht gut. Rette ich uns nicht rausgeholt, wären wir tot. Wir müssen ihn retten, bitte. Der Graf weiß, wozu Ugo fähig ist. Wir müssen sie erreichen, bevor... Ugo noch mehr leiden muss. Also los. Sophia und Lukas sind vorgegangen, um Pferde zu suchen. Ich helfe dir. Verflucht! Ja. Halt durch. Wird bei besser. Er vermisse es. Der Graf. Hat er was gesagt? Du hast dein Herz gebrauchen. Nun will er Krieg. Er will deinen Bruder benutzen, um zu erobern. Es wird nichts mehr zu erobern geben. Ich weiß. Sophia und Lukas? Der Buch sagt ja... Das ist ganz schön. Der Junge, er hat deine Wunde gesäubert. Geht ihm gut. Sie sind zum Wrack, suchen nach Vorräten. Zum Glück sind sie am Leben. Hierdurch. Komm, langsam. Reiß die Wunde nicht wieder auf. Ja. Ich glaube, dein Trank wirkt langsam. Ich hätte diese Male von Graf töten können. Du konntest nicht gewinnen, Arno. Es ist zerstört. Es wird nie wieder segeln. Boote kommen und gehen. Aber es ist das Meer, das Sophia trägt. Du weißt, was ich meine. Bewahre dir das, was wichtig ist. Denn wenn es weg ist... Danke. Wir holen ihn zurück. Wahrlich ritterliche Worte, Arno. Nein. So etwas wie euch habe ich noch nie gesehen. Wo ist mein Bruder, du Mistkerl? Was kommt jetzt? Sicher in meinem Besitz. So lange bis er mir dient. Und bis er deinen Kopf rollen sieht. Und weiß, dass die alte Welt verbrennen muss. Scheißkerl! Ich kümmere mich darum. Ein Scheiß was du! Hör doch nur einmal auf mich. Wieso? Damit du Rache üben kannst? Damit du deinen Bruder retten kannst. Er wird mir schon sagen, wo Hugo ist. Gibt mir Deckung und pass auf. Der gehört mir! Tätet das Mädchen! Ah, er hat endlich einen Helm aufgesetzt. Urlaubzeit. Ich bin bei euch, mein Herr. Die Verstärkung rückt an. Passt auf! Sie sind hier! Lucas! Bist du verletzt? Nein! Aber wir stecken hier fest! Lass uns vorbei! Wir holen euch da raus! Ihr geht nirgendwo hin! Du verdammter Trottel! Was hast du mit dem Joghurt gemacht? Er ist ein Waffe! Meine heilige Waffe! Das Kind gehört jetzt zu uns! Dein böses Werk wird nicht gelingen! Oh doch! Aber erst seid ihr dran! Macht sie fertig! Verdammt! Zubefehl! Sofort! Erledige sie Mädchen! Du bist härter als sie! Nest! Wo habt ihr meinen Bruder hingebracht? Antworten, dann schenkt er einen schnellen Tod! Wo ist der Junge? Die Zeit der Kompromisse ist mit Emilys Tod vorbei! Jetzt sterben! Warte, wir können das... Kinderblenden... Stechen! Jetzt! Wir haben ein Messer scheinbar! Ach, wir haben null Messer! Ach, warum würden wir das nicht an den Zeigen ist? Stechen! Jetzt! Wir haben ein Messer scheinbar! Ach, wir haben null Messer! Ach, warum würden wir das nicht an den Zeigen ist? Oh! Oh! Ah, sehr schön! Ich komme, Ugo! Die halten uns nicht auf! Wir verschwinden unsere Zeit, Arno! Wir müssen Ugo finden, bevor er... bevor... Hör auf mit dem Scheiß, Victor! Wo ist er? Er ist dir doch egal! Du willst doch nur meinen Tod! Scheiß! Wir müssen uns nach unten entfernen, auch nicht auf! essa sind Sie diese Dauer der Komplex... Wir müssen uns nach vorne aus und nach vorne umgehen und nach vorne umgehen! Er denkt, ich bin tot und gibt sich dir Makula hin. Oh nein. 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 Ah, das ist doch so, das. Was wäre der Erden hier? Ich muss noch ein bisschen besiegen. Was ist das für mich? Dann muss ich wieder... Oh no. Nein. Verdammt. Das müsste man ihm klicken. Endlich. Kleiner Stein im Kopf. Wurde doch Zeit. Was kann ich tun? Hör auf zu schreien. Entschuldige ich. Bitte nicht. Nein. Die Zeit ist gekommen. Und du hast mir ein gutes Ende beschert. Er ist ein guter Junge. Und du... Ich weiß. So. Ah. Er wird die Sonne töten, der Nebel. Hast du es geschafft, du Idiot. Wir sind dir was schuldig. Er ist überall. Die Ratten werden sich ausbreiten. Sein Urteil ist gefallen. Und werden wir noch Zeit haben? Ändert das was? Gehen wir einfach. Moment, Kleiner. Ich nehme die Zügel. Ich muss irgendwas tun. Was willst du jetzt sagen, wo du es tut, oder was? Wo du es zum Nebel gehoben, oder was? Hä? Wie weit noch bis Marseille? Nicht weit, schätze ich. Amicia, geht's dir gut? Nein, ich hätte... Hättest du nicht. Keine Ahnung, wie du überhaupt noch stehen kannst. Du hast alles gegeben, Amicia. Das wusste er auch. Und du hast ihm gegeben, was er am meisten brauchte. Den Tod des Grafen. Früchte, wenn wir nicht wissen. Nein, Freunde. Und eine echte Bestimmung. Ja. Er hat sich für uns geopfert. Er soll nicht umsonst gestorben sein. Jetzt müssen wir Hugo finden. Das wird ein Problem. Marseille ist so verdammt groß. Dieser Nebelausbruch hat bestimmt Spuren hinterlassen. Was dort auch geschieht, Hugo ist mittendrin. Woher wissen wir, dass er noch lebt? Ich hoffe auf irgendein Zeichen. Oha, die Art von Zeichen? Ja, das ist er. Aber das dürfte kein gutes Zeichen sein. Was ist das für ein Lärm? Kommt er aus der Stadt? Er kommt aus dem Boden. Wir müssen sie finden und hier weg. Lauf! In der Stadt ist etwas Schreckliches passiert. Was? Was ist passiert? Flieht in die Hügel. Nein! Zum Meer! Suchen wir ein kleines Boot. Was ist das für ein Gräuel? Das Tor zur Hölle wurde geöffnet. Marseille ist verloren. Der letzte Ruf. Der Makula. Die Städte müssen nicht noch drauf reden. Wir müssen zurück und Mama suchen. Steh auf, bitte steh auf. Ich kann nicht, mein Bein. Du musst. Wir brauchen mehr Helfer. Letztes ein Bosskampf gegen Hugo. Super. Marseille. Sie verbarrikadieren das Tor. Warum? Weil das Grollen von der anderen Seite kommt. Und die Leute, die noch da drin sind, die sind schon tot. Mach weiter! Und jetzt? Es gibt noch ein anderes Tor, aber das Heu liegt im Weg. Warte, wir haben die Kanone. Kannst du sie bedienen? Keine Ahnung, warte. Du schiebst hier. So müsste es gehen. Ich habe es raus, glaube ich. Dann los! Ah, hier müssen wir hin. Ah, Flammenwerfer. Griechisches Feuer? Ja, der Graf hat sich ein paar Wagen vom Orden besorgt. Wir gehen also hinter diese Mauern? Denk jetzt nicht drüber nach. Und weiter geht's! Wir können jetzt zurück, ja. Dieses Beben kommt nicht aus dem Boden. Nein, es kommt von den Stadtmauern. Das ist wie ein Herzschlag. Sein Herz, das sie führt. Was meinst du, wie viele? So fängt es also an. Was? Unsere Strafe. Was soll denn das? Schneller, Sophia, schneller! Ja, ich halte dagegen. Das war ja tut nichts. Oh, verdammt! Du meine Güte! Es werden immer mehr! Wir sind alle hier! Das ist das Ende! Es klappt! Du feuerst, aber es sind viel zu viele! Das hält sich gleich laut! Hoffentlich! Bitte, bitte! Langsamer! Halte, bitte, halte! Es hält! Verfolgen wir uns nicht mehr? Sieht so aus! Was? Achtung! Los, Sophia! Los! Ich sehe das Tor! Zu spät! Fahr so weit, du! Oh nein! Nein! Okay. Das war schon wieder kein Film. Was der Rebuilding da tut. Uko! Sophia! Hier drüben! Das kommt gegen die Nachbarn. Wer ist verletzt? Wer nicht? Wir sind da! Ich war noch niemals in Marseille. Tja. Du kommst zur besten Jahreszeit. Suchen wir meinen Bruder. Ich hab jetzt die Haare-Set. Die Ratten spießen aus dem Boden. Und dieses graue Unschöne. Äh. Kapitel 16. König Ugo. Das vorletzte. Aber naja. Dich kann doch nichts aufhalten. Stimmt. Ich vergesse es nur manchmal. Lukas. Das letzte Rout. Ich muss schon sagen. Es ist eine Ehre, denn du bist an meiner Seite. Du. Du bist viel zuverlässiger. Ruhiger. Und freundlicher als sonst wer. Was ist jetzt das vor? Ich weiß nicht. Du bist meine Familie. Sagt ihr all das, weil ihr denkt, dass ihr sterben werdet? Ihr werdet noch sehr lange leben. Ihr schafft es. Und das ist ein Befehl. Er muss leben. Er verdient etwas viel Besseres als das. Gut. Pass bitte auf. Das ist kein Nebel. Das ist fliegende Asche. Das sind sie jetzt auch. Mit Ugo als ihrem Anführer. Das war schon immer sein Lieblingsspiel. Erobern. Tja, da lebt jemand seinen Traum. Es regt mit Aschen. Was haben wir denn hier? Okay, da werden nicht Platz gewalzt. Mal sehen, was dich machen lässt. Die Schleiderung dann endlich mal aufwerben. Scheinbar nicht. Mit Abos können wir aufwerben. Das könnte nicht schlecht sein. Das könnte nicht schlecht sein. Das könnte nicht schlecht sein. Lassen Sie mal weiter. Ich frage uns, was sollen wir jetzt hier was machen? Wir sehen können, was nicht gut ist. Die erste Blume, die mir Ugo gebracht hat, kurz bevor wir dich kennengelernt haben, Lukas. Jetzt fühle ich mich alt. Die Blume zaubert sicher ein Lächeln aus. Ich frage uns anschwellen, was soll ich da haben. Ach, oh, Schande. Was kommt ihr in die Makula? Ich hab's doch gesagt. Ich frage uns. Wieso würde ich die Rache gehen? Ja, wir brauchen das, was ihn mit dieser Welt verbindet. Und wir alle stehen ihm nahe. Also. Gehen wir rein. Ja, aber. Gut gesagt, aber. Ein bisschen würde ich dir warten. Ich stehst du jetzt vor. Ich bin am Leben. Ich bin. Ich bin. Du lebst. Ist es gebrochen? Nein. Nein. Ist es nur... Geht es euch gut? Sophia ist verletzt. Ich versuch, euch zu erreichen. Nicht bewegen. Sag ich doch. Ich bin nicht gemacht. Fürs Festland. Ja, wir haben doch eine schlimmeres überlebt. Fürs Fliegen auch nicht, wie du siehst. Entschuldige. Nein, bitte. Du hast mehr als genug getan. Lukas und ich haben... Haben das schon einmal erleben müssen. So in etwa. Eine Legende ohne Seeleiter, ha? Das ist traurig. Geh. Und komm mit ihm zurück. Wir sehen uns unter der Sonne. Geh weiter. Ugo ist ganz nah. Ich muss erst Lukas finden. Ja, dann bin ich mal schwank, wie man sich durchfühlt. Ich gehe nirgendwo hin, Amicia. Wir kommen dich holen. Ich weiß. Los, geh. Was ist das denn hier? Bist das wirklich du? Amicia, hier bin ich. Amicia, hier bin ich. Hey. Und Sophia? Sie kann nicht laufen. Bleiben nur wir beide. Wir können es noch schaffen. Siehst du das Mauerstück da unten? Die Raten umgehen es. Trachten wir uns dort. Ja. Aber warte, Moment. Ein Fehler und... Ich weiß. Aber ich habe mitgezählt und sie halten einen immer gleichen Rhythmus. Wir können es zwischen zwei Wellen schaffen. Oh Gott. Na gut. Na gut. Bereit wenn du bist. Da gibt es in meinem... Keine Sorge, ich folge dir. Jetzt! Du meine Güte! Lauf, lauf, lauf! Ah! Achso, da müssen wir hin. Ich wollte nur mal gucken. Bist das wirklich du? Amicia, hier bin ich. Hey! Na, das ist ein Mauerstück. Sie kann nicht laufen. Bleiben nur wir beide. Wir können es noch schaffen. Siehst du das Mauerstück da unten? Die Raten umgehen es. Treffen wir uns dort. Ja. Aber warte, Moment. Ein Fehler und... Ich weiß. Aber ich habe mitgezählt und sie halten einen immer gleichen Rhythmus. Wir können es zwischen zwei Wellen schaffen. Oh Gott. Na gut. Na gut. Na gut. Ich bin bereit wenn du es bist. Keine Sorge, ich folge dir. Ja komm. Und, 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 und jetzt. Du meine Güte! Lauf, lauf, lauf! Ah! Es hat geklappt! Ja. Wir müssen die Mauerreste erreichen. Verstecken, warten und weiter. da unten ist das und runter geh hin ich hoffe doch da runter denke ich oder vor die anderen schaum und jetzt das tor scheint zu bist du bereit denke schon sie kommen Na los, mach es schon! Ja, was nun? Au, au. Au, au. Ach, muu, scheiße. Das ist Wahnsinn! Und weiter, 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 weiter. Ich sehe es! Mein Herz! Das hält schon! Atme! Und weiter, nein, noch nicht, noch nicht weiter. Jetzt weiter! Das könnte knapp werden, das könnte knapp werden, das könnte knapp werden. Ja! 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 Wir sind da! Wir sind in... Jetzt geht das Richtige... Richtige Action los. Oh, wie lange? Er ist da, Lukas. In Reichweite.